Das war früher so das Allheil... Hallöchen Leute, hier ist der Guzoa wieder und wie versprochen gibt es natürlich auch wieder mal epische Angriffe und dieses Ding hier ist einfach mal richtig episch. Also wirklich, da darf man sagen, epischer Scheiß im höchsten Format. Jetzt werden wieder andere sagen, ja Guzoa, benimm dich mal ordentlich, aber ihr wisst ganz genau, es muss einfach auch ein bisschen Fun dabei sein, fertig. So, der Junge hier hatte mega abzuliefern, sprich Loot hat er ordentlich zur Abholung bereitgestellt und das möchten wir uns jetzt mal antun. Ich hoffe nur von einer Seite hier. Das wäre mega geil, wirklich, ich liebe das, wenn man schön reinzoomt und alles schön sieht. Nicht so dieses Große, sondern schön klein. Schade, dass der King zur Seite weg gedriftet ist, aber zack Magiaturm. Wie gesagt, diese Stellung des Magiaturms, für mich war früher, also ganz am Anfang, war der Magiaturm für mich nichts. Weil er konnte nichts, also sind wir ehrlich, mit Level 1, Level 2 kann der nichts. Dann auf einmal war der Magiaturm für mich alles. Mit, ich sag jetzt mal, als ich gemerkt habe, oh man kann den ja auch auf Level 4 oder auf Level 5 haben. Hey, hey, war der super, das war das Ding in meiner Base, muss der Magiaturm sein und fertig. Mittlerweile bin ich aber auch der Meinung, dass der austeilen kann. Ganz klare Sache, ich meine besonders bei mir jetzt hier Level 7, das läuft auf jeden Fall. Aber, ganz ehrlich, er ist natürlich auch nicht unfehlbar und er geht natürlich auch richtig schnell down. Fertig. Also, so eine Sache hier ganz draußen, klar, er hatte das Rathaus davor, muss man auch sagen. Aber, wenn ich das Rathaus hier habe, muss ich natürlich auch irgendwas haben, was das Rathaus ein bisschen mehr verteidigt. Der eine Bogenturm bringt nicht wirklich was. Klar, wenn die CB voll ist, mag das auch noch ganz nett sein, weil das wäre in der Range von einer CB. Aber, CB ist draußen. Ich liefere mir hier draußen so einen Kampf. Wer gibt mir denn zusätzlich noch von meinen Truppen, also sprich aus meinem Dev-Bereich, sag ich mal, wer geht denn noch auf diesen Kampf rauf, außer der Bogieturm? Kein anderer. Kein Minenwerfer, der mir richtig nochmal den Rücken stärkt. Kein Magiaturm, weil der Magiaturm so weit gar nicht kommt. Wenn der Kampf hier irgendwo stattfindet, mit den CB-Truppen, dann passiert hier nichts. Deswegen war das Fail. So, aber weiter geht's. Ich würde mal sagen, der Barbarenkönig, der macht hier jetzt mal einen kurzen Prozess. Drin ist er. Und jetzt ist das einfach nur eine Frage der Zeit. Jetzt sogar noch hier, ah schade, die Barbaren ein bisschen zu spät gesetzt. Sonst wären die noch schön in den Rage gegangen. Dann wäre das nochmal richtig losgehämmert. So. Ich hoffe, es bleibt halbwegs lagfrei. Das wäre ganz cool. Aber bei den vielen Barbaren muss man auch jedes Leck verstehen können. Boah, guckt mal, wie das abgeht. Klar, bei der Masse. Also, bei der Masse ist natürlich... Obwohl hier jetzt auch richtig welche down gegangen sind, muss man ja jetzt auch mal sagen. Aber mehr war natürlich nicht da. Ich würde sagen, das wird kein 100er. Das ist ganz weit von einem 100er entfernt. Aber Loot natürlich trotzdem geil. Aber viel mehr wird nicht mehr kommen. Ja, 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 klar. Zack, zack, Ende. Das war's. Aber wie gesagt, mega geiles Ding auf jeden Fall. Ganz klar. Man ärgert sich natürlich trotzdem. Ah, warum habe ich nicht noch mehr ziehen können? Aber vollkommen geil. Auf jeden Fall. Vollkommen geil. Geiles Ding. Weiter so. Und so eine Dinger haben es einfach verdient. So eine Raids möchten wir sehen. Und nicht, naja, ich hatte hier mal einen guten... Und dann hat man irgendwie 100 von beidem. Nee. Mm-mm. Die teile ich zum Beispiel auch gar nicht im... Hier, das ist noch in Ordnung. Und zumal wir haben einen Angriff... Nur mit... Mit Drachen. Ist eine nice Nummer. Was halt interessant wäre... Ich glaube, das hätte ich gar nicht gemacht. Ich hätte die Blitze nicht genommen. Ich wäre ohne rangegangen, weil die Drachen gleich auf die Luftabwehr gegangen wären. Und da ist die auch gleich down. Also da dauert das nicht lange. Und auch wenn die Drachen nur Level 1 sind, ist da nicht viel. Hast du einen Punkt erreicht, sozusagen, der hier noch sozusagen nicht drinnen war. Aber mit Lufttruppen würde ich auch gar nicht unbedingt in der Mitte von der Base anfangen. Weil warum? Oder? Also... Weiß ich nicht. Das würde ich nicht unbedingt machen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Zumal hier draußen der Loot war. Und nicht innen drinnen. King räumt auf. Klar. Also wie gesagt, auch Level 3 King. Man ist wirklich froh, dass man den hat. Ganz klare Geschichte. So, jetzt ist bodentruppenmäßig so gut wie alles weg, was jetzt hier irgendwie auf die Bodentruppen geht. Die Dragons machen es hier, aber man muss halt wirklich überlegen. Auch ein Drache, Level 1, kostet halt Geld. Wie gesagt, ist halt so. Zum Trainieren auch super geil, aber wenn man es jetzt hochrechnet, ist das eine Sache, die sich nicht wirklich gelohnt hat. Zack, zack, zack. Dann die 100% und fertig. Aber wie gesagt, Lootmäßig war nicht schlecht. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Das hat schon gepasst. Aber wie gesagt, mit den Truppen... Aber klar, ich meine, man kann sich das halt nicht aussuchen. Man hat dann halt die Truppen dabei und dann war es das. Try Gamer. Nee, reicht auch... Reicht nicht. Reicht... Na, okay, weil es ein Go Wipe ist. Weil es ein Go Wipe ist. Aber gerade, gerade wenn es ein Go Wipe ist, hätte ich es nicht gemacht. Weil es doch einfach viel zu teuer ist. Guck mal hier, die nächste Sache. Hier, hier, ich möchte mich jetzt hier einfach mal in diesem Bereich... Glück gehabt, dass der Pekka mit drin ist. Weil ansonsten wäre der Golem einfach so verreckt, ohne dass was passiert wäre. Der hätte einfach mal sein Heldentod da sterben müssen. Und das wäre es gewesen. Hier drinne hier. Der hat gesessen, auf jeden Fall. Der Heal hat auf jeden Fall... Der war mega. Der war echt gut. Ganz klar. Aber wenn ich überlege, was das kostet. Wie gesagt, als Go Wipe trainieren... Ja, da verstehe ich es. Aber ich meine, du hast auch gut aufgeräumt. Da kann man jetzt auch nicht sagen... Oh, hier... Go Wipe und total verkackt. Kann man wirklich nicht meckern. Das ging schon. Und wir sagen... Klar, wo soll man sonst üben? Wenn man jetzt zum Beispiel für ein CW übt oder sowas... Irgendwo muss es gemacht werden. Klar. Sieht mir fast noch nach einem Overkill aus, wa? Was man am Anfang gar nicht so gedacht hätte. Aber hier... Ihr seht es selber hier. Und guck mal... Wir haben hier sogar noch mit Magiern Hilfe. Und hier sieht man ja eben... Was kann der Magier mit der Mauer machen? Und was macht der Golem? Der Golem sitzt noch in zwei Stunden da. Da halt eben auch immer so eine Sache. Immer gucken... Was... Dass man eben noch mal was hat. Was... Bei den Riesen genau dasselbe. Wenn ich Riesen bei habe. Die machen nicht alles. Riesen gehen... Auf die Verteidigung los. Sagen... Gut, okay, komm. Ich mach jetzt hier kaputt. Aber ich mach auch die nächsten zwei Stunden kaputt. Die Mauer zum Beispiel. Und da passiert dann halt nichts. Ist halt so. Deswegen muss man... Nach dem Riesen natürlich gleich noch mal irgendwas machen. Was gut Schaden macht. Ja, das sollte passen hier. Zack, zack, zack. Pekka geht da durch. Klar. Hat richtig was gekostet, würde ich sagen. Hat richtig was gekostet. Ah, geil. Der echte. Der echte Loot. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall sehr nice. Und ne geile Kombi. Ne geile Kombi auf jeden Fall. Brauchen wir zwar hier nicht in dem Bereich. Weil wir es... Theoretisch... Also die... Auf die Mauerbrecher hätte man jetzt verzichten können. Klar, wenn sie da sind, sind sie da. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber Fakt ist... Ähm... Meine Strategie wäre gewesen. Den würde ich zuerst komplett wegclearen. Und dann eventuell hier ein riesiger Job, der in die Richtung läuft und da. Und dann nebenbei kurz die Sachen hier gekillt. Und dann immer die Riesen noch als Ablenkungsmanöver. Riesen vor. Wir haben 10 Riesen. Riesen nehmen die Dev auf. Und dann geht's weiter. Zumal die 6er Riesen. Jetzt gucken wir mal wo. Ja, geil. Geil. Finde ich. Super gut. Genau. Einwandfrei. Einwandfrei. Junge, der Echte hat's in meinen Augen gut gemacht. Klare Sache. So. Die Goblins haben... Ganz, ganz wenige. Nicht... Spam, 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 Spam. Nein. Wir wollen ja wirklich richtig Loot nehmen. Alter, was? What the fuck, Alter? Der hat schon 450k... LX. Dafür erst mal... Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Richtig geil. So. Wir haben ganz wenige Goblins verwendet. Ein... Wie gesagt, da brauchen wir... Ganz ehrlich. Du hast es einfach drauf. Ganz ehrlich. Du hast mit den Truppen perfekt gehandelt. Fertig aus. Meine Meinung. Das ist definitiv der Angriff des Tages. Auf jeden Fall. Einwandfrei. Finde ich super mega. Und... Wenn ihr so... Klar, man hätte jetzt auch Bartschen können. Klar. Aber guckt mal. Es... Theoretisch wäre sogar noch... Ein, zwei Riesen wären weniger machbar gewesen. Sogar. Egal. Stört uns ja nicht. Die Sache ist aber die... Mit der Armee ist man flexibler. Wenn doch noch was drin ist. Und man doch noch... Ich sag jetzt mal zum Beispiel... Das DLX-Lager wäre noch voll gewesen. Hätte man noch von der Seite attacken können. Und reingehen können. Was dir halt eben bei Bartsch einfach verwehrt bleibt. Somit sehe ich das wirklich so, dass man mit Riesen halt mehr anfangen kann. Riesen Mauerbrecher. Also super Kombi. Und er hat es richtig abartigst gerissen. Und ich bin der Meinung, er hat nicht mal zu dick aufgetragen. Ich bin nämlich sogar der Meinung, dass er... ...der sogar nur gesagt hat 450k Loot von beidem. Bin ich der Meinung. Aber das ist ein richtig mega Shit gewesen. Auf jeden Fall. Hier genau. Genau. Der echte... Sogar noch... Sogar noch untertrieben. Schön tief stapeln. Schön tief stapeln. Und dann kommt der richtige... ...Sprung ins Gesicht. Richtig geil. Also das gefällt mir richtig gut. Der war mega. Verteidigung. Da gehe ich mal davon aus, grundsätzlich, wenn es um die Verteidigung geht, werden geile Truppen in der CB sein, die richtig was reißen können. Naja, hier, wir haben gemäxte Boogies teilweise. Und jetzt kommen 30 Schweine. 30 Schweine. Und wäre natürlich mega geil, wenn er die beim Rathaus droppt, weil ich hier denken würde, dass hier die Riesenbomben sind. Naja, ärgerlich, dass das da... Aber da kriegen die auch schon durch die Bombe, kriegen die auch schon gut was weg. So. Wie gesagt, wir reden von 30 Schweinen. Aber, aber, wichtig, nur Level 1. Und selbst die Level 5 Schweine, die gemäxten, sind in meinem Auge auch nichts mehr wert. Das war früher so das Allheil... Allheilmittel. Aber das ist vorbei. Das ist irgendwo vorbei, finde ich. Da ist natürlich richtig was weggegangen. Hier auch. Da kommt doch garantiert, ist da noch eine Sprungfalle. Aber die wird nicht mehr ausgelöst. So. Und jetzt haben wir aber hier... Na okay, der King geht nicht mehr hinterher. Aber das wäre es fast noch gewesen, dass der King noch richtig schön die Schweine verdroschen hätte. Und hier passiert nichts. Das ist halt eben der Nachteil an den Schweinen. Wenn du da stehst, die Schweine jumpen einmal über die Base rüber. Wenn sie aber die Base nicht komplett clearen können im Death-Bereich, dann hast du ein Problem als Angreifer. Weil, erstens, deine Death- oder die Death-Gebäude vom Gegner stehen noch. Zum Teil. Und du hast nicht mal ansatzweise den Loot mitgenommen, weil es die Schweine nicht machen. Also von daher... Äh... Richtig, richtig geil gelaufen für Max. Gar nichts gezogen. Obwohl richtig Loot da war. Einwandfrei. Also... Was will man mehr? Was will man mehr? Also wirklich wieder... Ich werde einfach wieder... Überrascht von richtig geilen Dingern hier. Finde ich mega geil. Damit möchte ich aber auch erst mal wieder abschließen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also... Ich fand die einfach nur klasse. Ähm... Ihr haut rein und ich wünsche euch was. Reingehauen.